Liebe Studentinnen, kommen wir nun zur Seite unserer Fragen zum Hörverschritt. Thema die Jagd nach dem grünen Bild. Bitte antworten. Ganz setzen. Lassen Sie sich bitte die Spieße und einen Mutterschachlafen einrichten. Auf die Prüfung werden Ihnen jeweils die Beschreibungsteile unserer Lösung auch lief, sodass Sie vergleichen können. Sog rein, wie viel in unseren Apotheken aufladen wir zurück. Wer besitzt wie viele der weltweiten Patente? Oder wer besitzt wie viele der weltweiten Patente? Nummer 16, was können sich die Kranken im Süden nicht leisten? Nummer 17, wem sollte das Wissen der indigenen Völker auch zugutekommen oder zukommen? Nummer 18, wonach wird untersucht? Und Nummer 19, wer profitiert von deren Wissen allein? Also vom Wissen der indigenen Völker. Tschüss, bis zur nächsten Folie. Nummer 18, werde das Wissen nicht leisten lassen. Nummer 18, erhalten Sie den Wissen, ihr Empfehlung beträgt, sondern das Wissen, das Wissen, das Wissen, das Wissen, das Wissen, das Wissen und das Wissen. Vielen Dank.